Mein Freund. Ja, lass den Zwerg ruhig nach vorne laufen. Ich traue diesem Burschen nicht. Er ist uns einfach bei einer Mine zugelaufen. Er könnte auch eine räudige Straßenkatze sein, die sich versucht, an meinen Zitzen festzugreifen und zu ernähren. Oh Gott, und er stirbt gleich. Wir haben ja einen Dunkelclaw mit 240 Leben. Nicht sonderlich mehr als die anderen Claws. Äh, Reinforcement. Wir müssen uns... Nein, 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 lass Eberhard in Ruhe. Wir müssen uns wieder gruppieren und außerdem müssen wir ein paar... Oh, 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 oh. Wir müssen ein paar Heiltränke verteilen. Leni brauchst du viele gar nicht. Leni ist ein Funzweib, würde ich jetzt mal sagen. Und hält auch alleine durch. Allerdings, die andere nicht so wirklich. Und wir wollen doch jetzt mal... Du kannst auch mal was trinken, oder? Warum kannst du nicht trinken? Gut. Auf jeden Fall will ich erst mal Eberhard retten. Komm mal her, komm mal her, kommt her, kommt her, kommt her, kommt her. Ja, wenn es so weiter geht, stirbt Ulora wieder. Ulora, geh mal bitte weg. Jetzt trinkt sie was. Das ist schade. Macht mal was, kämpft mal irgendwo. Du gehst mal hier hin. Ja. Macht einfach mal irgendwas. Oh Gott. Ulora. Das sieht doch gut aus. Los. Gegen die Klaus. Tötet sie. So. Das wären die. Jetzt fehlen immer noch... Oh Gott, ey. Ja. Und das ist übrigens auch ein Aufruf an bestimmte Leute, die meinten, das Spiel sei leicht. Wer erzählt sowas? Und wie kommt man auf sowas? Das Spiel ist auch nicht leichter und schwerer als andere Standardspiele. Ich sage mit Absicht Standardspiele, weil natürlich der Schwierigkeitsgrad eines Spiels immer auf die Masse zugeschnitten ist. Und die Masse natürlich nicht die Oberpros darstellen. Aber man muss doch sagen, dass Spiele auch mit ihrer Spieldauer anspruchsvoller werden im Grunde. Wobei das Ende der meisten Spiele natürlich am einfachsten ist. Oder noch einfacher als es eigentlich sein sollte. Weil einem alle Fähigkeiten des Spielecharakters zur Verfügung stehen. Was ist das hier? Verteidigung 13. Das ist nicht schlecht. Braucht allerdings viel Stärke. Stärke 20 erreichen wir allerdings bald. Dann sollten wir auch in der Lage sein, diesen Helm zu nutzen. Oh Gott, Furox. Komm her. Du bist mir immer noch lieber als diese komischen... Ah, da haben wir dieses Einfrieren gesehen. Der Hammer von Glörn hat die Chance, Gegner einzufrieren. Mit 10% ist das schon relativ gut. Das ist eigentlich jeder 10. Schlag. Oh mein Gott, ich kann Mathe. Killer Grimahl beschwören. Yay, Grimahl. Ich wähle dich, Grimahl. Was ich doof finde, ist, dass Leuchtfeuer, soweit ich das weiß... Beziehungsweise Eberhard Esel, nicht mehr Leben bekommt. Da Esel keine Stufe aufsteigen können. Was ich auch einigermaßen rassistisch finde. Man kann den Esel nicht absprechen, dass sie sich nicht auch vielleicht entwickeln können. Ja. Aber Gas-Powered Games, ganz ehrlich, warum habt ihr dem Esel ein Arschloch gegeben? Wo ist der Gameplay-Nutzen davon? Oder habe ich irgendwas in diesem Spiel verpasst oder eine Sektion im Handbuch nicht gesehen? So, die Musik scheint zu wechseln. Könnte das ein Hinweis darauf sein, dass wir Gletschertal näher kommen? Klaus, ganz böse. Maner Gesang. Ein Zauber, den ich jetzt eher den Naturmagiern zugesprochen hätte. Aber in Ordnung. Auf jeden Fall merken wir, dass die Monster rasend an Stärke dazugewinnen. Vor allem stoßen wir so langsam in den vierstelligen Bereich der Monster-Treffer-Punkte vor. Das ist ja schon mal gar nicht von schlechten Eltern. So. Und da haben wir Bogenschütze der Legion. Das bedeutet, wir haben es tatsächlich geschafft, durch das Funkholenbergwerk nach Gletschertal vorzudringen. Und können jetzt dem dortigen Bürgermeister Bericht erstatten. Reden wir erstmal mit diesen Legionssoldaten. Mal sehen, was die zu sagen haben. Ich habe noch nie gesehen, dass Wölfe eine gut bewaffnete Gruppe angreifen. Irgendetwas muss sie angestachelt haben. Es ist Eberhards Gestank, mein Freund. Und ich habe ihm schon gesagt, dass er sich waschen soll. Aber irgendwie scheint dieser Esel lernresistent zu sein. Willkommen, Fremdling. Der Stadthalter wünscht, mit allen zu sprechen, die aus dem Süden kommen. Tut mir leid, Befehl ist Befehl. Ihr findet ihn in der Taverne zum glücklichen Hork. Was, Sir, ist ein Hork? Unser Held kam mit einer Warnung an den Stadthalter aus der Wildnis zurück. Sein Geist war gestärkt und bereit, sich den Prüfungen zu stellen, die noch auf ihn zukommen sollten. Und so erreichen wir Gletschertal. Ein schöner Übergang. Wenn die wollen, dass die Stadt nicht mehr angegriffen werden, können sie einfach diesen Vorsprung hier sprengen. Die einzige Verbindung, die dann fehlt, ist die nach Stonebridge. Und Stonebridge ist das keine Weltmetropole, zu der man unbedingt Zugang haben muss. So, was haben wir denn hier Schönes? Das sieht aus wie eine... Okay, das ist auf jeden Fall ein Mensch, ein Wesen. Wir werden auch in Gletschertal alle Häuser durchgehen und gucken, ob wir nicht vielleicht noch einen Naturmagier kriegen. Das wäre gar nicht schlecht. Legionswächter. Sieht aus, als hättet ihr genug eigene Kämpfe durchgestanden, mein Freund. Nachmittag das Glück bieten die vom Stadthalter geplanten Gegenangriffe den Stoffe Geschichten, die ich noch meinen Enkeln erzählen kann. Was sagt die da? Wenn ihr nach Gletschertal gekommen seid, um Zuflucht zu suchen, so habt ihr die richtige Wahl getroffen. Der Stadthalter hat alle Patrouillen hierher zurückbeobt, um einen Gegenangriff vorzubereiten. Nur in der Feste von Kroht und in Burg Ebe werdet ihr mehr Legionäre finden als hier. Das klingt ja noch, als wenn wir diese Orte auf jeden Fall noch besuchen werden. Onox Magitorium. Magikatorium. Ah. Also ein Ort für Zauberkundige. Da ist eine Kurbel. Sie müssen nur die Kurbel an den Türmchen ziehen. Und mit der kleinen... Okay. Und das ist das, was ich meinte mit, man kann Spiele nun auf eine andere Art und Weise steuern. Das war nur durch den Sound meiner Stimme getriggert. Ganz klar. Ich hasse diese Wache. Es kommt mir vor, als klotzte mich diese Statue an. Sie soll schon hier gewesen sein, als die ersten Siegler hier eintrafen. Du meinst, diese Statue da? Yeah. Eberhard, willst du auch... Willst du es auch mal probieren? Eberhard, willst du es auch mal probieren? Okay. Eberhard, wir wissen, dass du gerne auch von Ecken runter scheißt. Aber das ist noch kein Grund, den Zwerg anzuscheißen. Ja. Aber jetzt hat er mal das bekommen, was er die ganze Zeit verlangt hat. Gut. Gehen wir in dieses Magikatorium. Auch wieder eine Statue, sehr interessant. Schreien des Wiedererweckens. Lehrling Marelle, Lehrling Ardun. Was ist das für ein Typ? Das ist doch bestimmt der Besitzer hier, oder? Ohnock. Richtig, ganz richtig, Ohnock. Ganz schön frisch da draußen, nicht wahr? Den sieben Mächten sei Dank, dass ich nicht immer hier leben muss. Ich komme nur hier hoch, um Experimente zu machen. Wärme und Eiszauber, darum geht's. Wie dem auch sei, wenn ihr wollt, könnt ihr euch meine Zauber- und Heiltränke ansehen. Ne, das klingt doch gar nicht verkehrt. Was hast du denn Schönes? Oh, jede Menge, jede Menge Zaubersprüche. Wie viel Geld haben wir? 10.000, das ist gar nicht schlecht. So ein großer Gesundheitstank hier kostet 90, das ist auch relativ, relativ machbar. Zuerst sollten wir jetzt aber vielleicht darauf, was haben wir hier noch? Den können wir eigentlich verkaufen. Den können wir verkaufen. Dass sie mir das tatsächlich abkauft, ne? Das ist eigentlich... Diese Ordos-Achse brauchen wir auch nicht. Was haben wir hier noch? Eine komische Haube will ich auch nicht haben. Die eigentlich auch nicht mehr. 20 bis 32. Die hatte ich doch... Oh, die hatte ich eigentlich ausgesondert, oder? Ja, die hatte ich ausgesondert. Und den sondere ich eigentlich auch aus. Das bringt auf jeden Fall nochmal einen Plus in unsere Urlaubskasse. Wow, 1.900... Wow. Das ist nicht gerade wenig. Wir können die Heiltränke nochmal verteilen. So. Ja, viel Glück und haltet euch warm. Das ist verflixt schwierig hier oben. Ich merke schon. Ja, natürlich. Wir schicken den Klügsten unserer Gruppe voran, um mit den Leuten zu sprechen. Los, Eberhard. Wie wär's mit einem kleinen Mund... Die sprechen dem Esel selbst das Recht ab, mit Leuten zu sprechen. Danke, Gas-Powered Games. Wenigstens habt ihr ihm ein Arschloch gegeben, damit er sich etwas menschlicher fühlt. Könnt ihr nicht sehen, dass ich Kundschaft habe? Du hast den Esel als deine Kundschaft bezeichnet. Das nenne ich echt. Echte Kompetenz. Jemand hat im Verlauf der letzten Woche die Geister der Toten gestört. Jetzt habe ich alle Hände voll zu tun, um sie mit Waren zu versorgen. Wenn ihr etwas braucht, müsst ihr mit Onok reden. Er ist diese Woche für alle lebenden Kunden zuständig. Sie behauptet, der Esel lebt nicht? Reden wir mit dem hier. Leiling Ardun. Meister Onok wird mir an den Kragen gehen. Ich habe eine Trilogie über Fettwirres Weg ausgeliehen und zwei der drei Bücher an Freunde weiterverliehen. Aber jetzt weiß ich nicht mehr an wen. Onok gestattet mir nicht zu gehen, während er im Laden ist. Aber ich bin sicher, dass er jeden Moment die fehlenden Bücher entdecken wird. Habt ihr vielleicht ein paar Minuten Zeit, um euch für mich in der Stadt ein wenig umzuhören? Ihr seid sehr freundlich, Fremder. Ich will euch gerne für eure Mühen entlohnen. Hier ist eines der Bücher, damit ihr wisst, wie sie aussehen. Band 3. Das ist also... Das können wir eigentlich auch noch alles lesen. Oh ja, meine Freunde. Lore interessiert kann man vielleicht ein bisschen sein, findet ihr nicht? Die Suche... Das gehört schon zu Kapitel 3. Oh nein, wir haben uns gespoilert. Die Suche nach Merrick. Okay. Das heißt, das Spiel sagt uns im Grunde, dass wir bald Akt 3 erreichen. Warum denn nicht? Davon gibt es ja noch genug. In diesem Spiel. Ich glaube, es sind 7 oder 9. Ich bin mir nicht mehr sicher. So. Hurgis. Es heißt Hurgis und nicht Hurg. Auf jeden Fall wartet hier der Stadthalter. Lasst uns mit ihm reden. Ypsinyamas Stadthalter. Haben wir nicht ein Buch von dem, sag mal? Mir ist so, als hätte ich ein... Eine Geschichte der Drog. Biografie des Ypsinyamas. Haben wir das schon gelesen? Der Esel kann natürlich auch nicht lesen. Ist klar. Wir werden gleich etwas über ihn lernen. Wache außer Dienst. Jeff Linnah. Wir reden mit allen. Er ist mit der Wache außer Dienst. Der Stadthalter will anscheinend überall westlich von Gletschertal Truppen verstärken und überlässt Hauptmann Tarish gerade noch eine Kompanie, um die Drog zu bekämpfen. Tarish ist brillant. Aber das genügt nicht. Es war seit Jahrhunderten nicht mehr nötig, die Drog zu bekämpfen. Aber wenn sie so kämpfen, wie sie schmieden, dann wird es ein harter Kampf. Oh je. Also überall im Reich gibt es scheinbar Probleme. Kularila Liron. Ich möchte einfach nach Stormbridge zurückkehren, aber der Stadthalter meint, die Straße wäre noch wenigstens eine Woche nicht sicher. Mindestens. Auch wenn ich alle Monster getötet habe, so kann doch aus jedem dunklen Loch noch ein Monster kommen. Wo ist Eberhard? Jeff Linnah. Verfluchte Männer. Sogar einem Hund in den Farben der Legion würde der Stadthalter eine Audienz gewähren. Aber er hört nicht auf seine eigene Nichte. Ich habe Magier Merrick in meinen Träumen gesehen. Gefangen in den Eishöhlen im Norden. Seit Generationen hat meine Familie Traumseher hervorgebracht. Und was muss ich tun? Schrauben, kochen und Gäste bedienen. Und das war's dann. Immerhin hast du eine eigene Sprecherin bekommen. Einen wunderschönen Tag auch. Wie nett, dass irgendjemand endlich mal was gegen diesen Schlamassel unternehmen darf. Leutnant Scheer, was sind die denn noch für Gestalten? Krodok. Hüftlings sagen, Krodok bringen Karawane sicher in Königreich Epp. Ich bringe nach Stonebridge. Dann Maultierfresser Krooks brennen statt. Fahrer stehlen Wagen, nehmen Gold von Krodok und laufen weg. Krodok folgen nach Gletschachtal, aber nicht weiter folgen können. Krodok helfen dir, wenn du Krodok helfen. Krodok gut entschlagen, hauen, machen kaputt, alles. Du mögen?